Eines Tages hielt uns Achan Cha eine wunderschöne Teetasse aus chinesischem Porzellan entgegen. In meinen Augen ist diese Tasse bereits zerbrochen. Da ich um ihr Ende weiß, kann ich sie hier und jetzt vollkommen genießen. Wenn sie dann kaputt ist, ist sie kaputt. Wenn wir die Wahrheit der Unsicherheit begriffen haben, sind wir frei. Das Bild der zerbrochenen Tasse hilft uns, unsere Kontrollillusionen aufzugeben. Wenn wir es auf uns nehmen, ein Kind zu erziehen, ein Geschäft aufzubauen, ein Kunstwerk zu schaffen oder gegen Ungerechtigkeit einzutreten, können wir uns darauf verlassen, dass uns ein gewisses Maß an Erfolg oder Misserfolg zuteil werden wird. Diese Erkenntnis stellt für uns alle eine Herausforderung dar. Möglicherweise zerspringt uns beim Brennen im Ofen das schönste Stück, das wir je getöpfert haben. Die private Schule, die wir aufziehen wollten, wird vielleicht ein Flop. Unser gerade erst gegründetes Unternehmen muss ein Jahr später wegen Auftragsmangel die Pforten schließen. Unsere Kinder bekommen Probleme und wir können ihnen nicht beistehen. Wenn wir uns nur auf das Endresultat konzentrieren, würden wir eine vernichtende Lebensbilanz ziehen müssen. Wissen wir aber von vornherein, dass die Tasse zu Bruch gehen kann, können wir unser Bestes geben. Wir tun, was wir können und setzen Vertrauen in den Prozess des Lebens. Wir können planen, uns kümmern, uns engagieren und reagieren, aber wir haben keine Kontrolle über den Ausgang. Stattdessen nehmen wir einen Atemzug und öffnen uns dem Leben, das sich entfaltet, wo immer wir auch sein mögen. Der Übergang von der Kontrolle zum Loslassen ist ein bemerkenswerter Sprung in der Entwicklung. Wie Shunryu Suzuki sagt, wenn wir die Wahrheit der Unbeständigkeit begriffen und akzeptiert haben, dann sind wir im Nirwana gelandet. Wenn man Achan Scha fragte, wie die Erleuchtung aussehe, was nach dem Tod passiere, ob die Meditation Krankheiten heilen könne und ob Westler auch meditieren lernen könnten, lächelte er nur und sagte, das ist völlig ungewiss, nicht wahr? Der tibetanische Lama Chyurgyam Trungpa nannte diese grundsätzliche Unsicherheit die Bodenlosigkeit. Achan Scha konnte sich in der Weisheit der Unsicherheit entspannen. Um ihn herum verspürte man immer eine große Leichtigkeit. Er hielt seinen Atem nicht an und versuchte nicht, die Ereignisse nach seinem Willen zu kontrollieren. Er ging einfach auf die Situation ein, die er vorfand. Als eine ältere Nonne aus dem Westen den Orden verließ, um sich als Missionarin den wiedergeborenen Christen anzuschließen und dann ins Kloster zurückkehrte, um ihre früheren Mitschwestern zu bekehren, regten sich viele darüber auf. Wie kann sie nur? Verwirrt fragte man Achan Scha, was da wohl zu tun sei. Er lachte nur. Vielleicht hat sie ja recht. Angesichts seiner Reaktion entspannten sich alle. Doch Achan Scha konnte im Angesicht der Unsicherheit auch handeln. So plante er den Bau eines großen Tempels und überwachte ein Netzwerk von mehr als hundert Klöstern, das seine Mönche ins Leben gerufen hatten. Wenn er Mönche bestrafte, die mangelnde Disziplin an den Tag gelegt hatten, konnte er streng, entschieden und nüchtern handeln. Trotz alledem war um ihn immer ein gewisser Raum. So als könnte er sich jeden Moment umdrehen und lächeln, zwinkern und sagen, das ist völlig ungewiss, nicht wahr? Er war der lebende Beweis für das Geheimnis des Lebens, wie es in der Bhagavad-Gita beschrieben ist. Das Vertrauen, das Achan Scha ausdrückt, entsteht, sobald unser Bewusstsein in der ewigen Gegenwart zu ruhen kommt. Von wo ich sitze, sagt er immer, geht niemand und kommt niemand. Wenn wir auf dem mittleren Weg ruhen, gibt es keine starken oder schwachen, jungen oder alten, Niemandem, der geboren ist und niemandem, der stirbt, das ist das Unbedingte. Das Herz ist frei. Die alten Zen-Meister nannten dies die Befreiung des vertrauensvollen Geistes. Und wie erlangen wir nun diese Form der Weisheit? In den Schriften des Zen heißt es dazu, Wer im vertrauensvollen Geist lebt, fürchtet sich nicht mehr, unvollkommen zu sein. Die Welt ist unvollkommen. Statt also darum zu kämpfen, die Welt zu vervollkommenen, entspannen wir uns. Wir ruhen in der Unsicherheit. Dann können wir mit Mitgefühl handeln und unser Bestes geben, ohne am Ergebnis zu haften. Wir begegnen den äußeren und inneren Umständen voll Furchtlosigkeit und Vertrauen. Die Weisheit der Unsicherheit befreit uns von dem, was die buddhistische Psychologie das Dickicht aus Ansichten und Meinungen nennt. Da er das Leiden in jenen sieht, die an ihren Überzeugungen hängen, hat der Weise keine festen Ansichten. Ein weiser Mensch entwickelt keinen Stolz auf seine Meinung. Wer könnte sich an jemandem stören, der sich nicht an seine Ansichten klammert? Wer aber an seinen Überzeugungen festhält, geht allen auf die Nerven. Ich stelle mir immer vor, dass der Buddha beim letzten Satz lachte. Achanscha jedenfalls schüttelte den Kopf und lächelte. Ihr habt so viele feste Überzeugungen und leidet so sehr darunter. Warum lasst ihr sie nicht einfach los? Freiheit von festen Überzeugungen ist, als würden wir ein Glas säubern oder frische Luft in einen Raum lassen. Zen-Meister Shunryu Suzuki nennt diesen offenen Geist den Anfängergeist. Wenn wir keine festen Ansichten haben, sind wir bereit zu lernen. Denn was wir in diesem Universum sicher wissen können, ist ohnehin sehr begrenzt. Der koreanische Zen-Meister Sun-San meint, wir sollten diesen Geist des Ich-Weiß-Nicht widerschätzen lernen. Er stellte seinen Schülern Fragen wie Was ist Liebe? Oder Was ist Bewusstsein? Und Wo kommt dein Leben her? Oder Was passiert morgen? Wenn seine Schüler dann antworteten Ich weiß nicht, sagte Zen-San Gut, bleibt bei diesem Geist des Nichtwissens. Das ist ein offener, klarer Geist. Wenn wir uns in engen Beziehungen auf Annahmen verlassen, verlieren wir die Frische. Ob wir nun Eltern sind oder Liebende, wir sehen immer nur einen kleinen Teil des Anderen, der für uns ein Geheimnis bleibt. Im Grunde kennen wir den Menschen uns gegenüber nicht. Aus dem Anfängergeist heraus lernen wir, den Anderen achtsam zu sehen, frei von den Vorbelastungen unserer Meinung. So hören wir aufmerksamer zu und sehen klarer. Rilke schreibt in seinen Briefen, dass es Augenblicke gebe, wenn etwas Neues, Unbekanntes in uns eintrete. Dann schweigen unsere Gefühle erschrocken still, alles in uns ziehe sich zurück, stille, kehre ein und das Neue, das noch niemand kenne, stehe in der Mitte und schweige. Wenn wir Sterbende begleiten, können wir das nur tun, wenn wir auf jeden Plan verzichten. Manchmal weinen und trauern Sterbende, manchmal sind sie mit Liebe erfüllt. Mitunter kämpfen sie gegen den Tod an. Dementsprechend können auch die Menschen, die sie begleiten, voller Furcht, Trauer, Zorn oder Schuldzuweisungen sein. Wenn wir dem Sterbenden wirklich Gefährte sein wollen, dann sollten wir fähig sein, Geist und Herz offen zu halten und uns vor der Erfahrung verbeugen, ohne uns ein Urteil zu erlauben. Wenn die Erfahrung eines Menschen einfach kommen darf, wie sie ist, entspannt sich häufig die gesamte Umgebung mit dem Aufscheinen des lichtvollen Mysteriums. Marcel Pust sagte einmal, Sinn einer Entdeckungsreise sei nicht, neue Landschaften zu finden, sondern einen neuen Blick zu erlangen. Die buddhistische Praxis schenkt uns diesen neuen Blick. Sie lädt uns ein, unsere Augen voller Staunen auf die Welt zu richten. Vor einigen Jahren richtete man das große Hubble-Teleskop auf die dunkelste Ecke des Himmels, einen Fleck von etwa einem Quadratzoll, um dort etwaiges Streulicht einzufangen, das vielleicht Aufschlüsse über diese noch unbekannte Stelle des Universums geben würde. Zu ihrem großen Erstaunen fanden die Astronomen in diesem winzigen Stück Raum Bilder von einer Milliarde extrem weit entfernter Galaxien. Auch auf der Mikroebene des Lebens erleben wir diese Vervielfältigung, wenn wir von der Ebene der Zellen weitergehen zu der der Moleküle, Atome, Partikel, ja, der Energie. Immer wieder öffnen sich unserem Blick neue Welten und Galaxien in einem Körnchen Sand. Der Mikrobiologe weiß, dass in einem Teelöffel Mutterboden Millionen Lebensformen hausen, Insekten, Bakterien, Pilze, Alles ist eng miteinander verflochten und bildet zusammen das planetare Netzwerk des Lebens. Viele Menschen, die sich dem Buddhismus zuwenden, tun dies, weil sie Hilfe bei ihren Lebensproblemen suchen. Häufig finden sie diese auch. Doch die buddhistischen Lehren zielen darüber hinaus. Wenn ich mit Schülern zusammensitze, dann will ich ihnen nicht nur helfen, ihre Probleme zu lösen. Ich möchte mit jedem Menschen zusammen jenen Augenblick finden, in dem der Verstand innehält und die Augen sich öffnen. Ich möchte, dass wir zusammen sind, als lägen wir in einer warmen Sommernacht auf der anderen Seite der Erde und blickten auf ein Meer voller Sterne, gehalten nur von der Schwerkraft. Ich möchte, dass wir uns der Schönheit um uns herum erinnern. Es ist uns nicht gegeben, zu erfahren, wie unser Leben sich auf die Welt auswirken wird. Da können wir die Intention unseres Herzens pflegen und mit unseren Taten wunderschöne Samen setzen. Zweifeln Sie nicht daran, dass Ihre gütigen Handlungen und Früchte tragen werden. Auch Ihr Leben kann bewirken, dass alles sich zum Besseren wendet. Buddhistische Psychologie will weder die Tatsachen leugnen, noch sich ihnen fatalistisch unterordnen. Sie zeigt uns das Widersprüchliche dieser Welt auf, all ihre Gegensätze und wie man darüber hinaus gelangt. Sie zeigt uns, wie wir in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt sein können. Dies nennt man den mittleren Weg. Wenn wir unser Glück im Selbstgenuss suchen, sind wir nicht frei. Kämpfen wir jedoch gegen uns selbst an und lehnen die Welt ab, sind wir ebenfalls nicht frei. Es ist der mittlere Weg, der uns die Freiheit bringt. Der mittlere Weg beschreibt die Mitte zwischen Anhaftung und Abneigung, zwischen Sein und Nichtsein, zwischen Form und Leerheit, zwischen freiem Willen und Determiniertheit. Je mehr wir im mittleren Weg verankert sind, desto tiefer wird die Ruhe, die sich angesichts des Spiels der Gegensätze in uns einstellt. Manchmal umschrieb Achan Chah ihn mit einem Kwan, wonach es auf diesem Weg weder vorwärts gehen noch zurückweichen noch stillstehen gibt. Wenn wir den mittleren Weg finden wollen, sollten wir uns nach folgender Anweisung richten. Versucht, achtsam zu sein. Lasst die Dinge ihren natürlichen Lauf nehmen. Dann wird der Geist in jeder Umgebung still sein, wie ein klarer Teich mitten im Wald. Alle Arten wunderbarer Tiere werden sich dort laben und ihr werdet die Natur der Dinge klar darin erkennen. Viele wunderbare Dinge werden kommen und gehen, ihr aber bleibt still dabei. Dies ist das Glück des Buddha. Die buddhistischen Lehren haben sich zum Ziel gesetzt, uns überall zu dieser Erkenntnis zu führen. In der Meditation, auf dem Marktplatz, wo immer wir uns aufhalten mögen. Auf dem mittleren Weg ruhen wir in der Wirklichkeit der Gegenwart, in der alle Gegensätze gleichermaßen sein dürfen. Im Sutra der vollkommenen Weisheit heißt es, er sei die Verwirklichung der Soheit, jenseits von Gut und Böse, jederzeit mit allen Dingen präsent, gleichzeitig Pfad und Ziel. Was mag es mit all diesen geheimnisvollen Beschreibungen wohl auf sich haben? Es handelt sich dabei um Versuche, die freudvolle Erfahrung zu beschreiben, die entsteht, wenn die Dualität sich auflöst, wir die Zeit hinter uns lassen. Sie umschreiben die Erfahrung, in der Wirklichkeit präsent zu sein, oder wie ein Lehrer es ausdrückte, der mittlere Weg führt nicht von hier nach dort, er führt von dort nach hier. Er beschreibt die Präsenz der Ewigkeit. In der Wirklichkeit der Gegenwart ist das Leben klar, lebendig, wach, leer und doch voller Möglichkeiten. Wenn wir den mittleren Pfad finden, nehmen wir uns nicht aus der Welt zurück, verlieren uns aber auch nicht darin. Wir leben mit all unserer Erfahrung in ihrer ungeheuren Vielfalt, mit unseren Gedanken, Gefühlen und Dramen. Wir lernen Spannung auszuhalten, Widersprüche, den Wandel schlechthin. Statt Lösungen zu suchen, warten wir auf den Schlussakkord des Liedes. Wir öffnen und entspannen uns mitten hinein. In der Mitte entdecken wir, dass wir mit der Welt arbeiten können. Achan Sumedu lehrt, wie wir uns der Wirklichkeit der Dinge öffnen können. Natürlich können wir uns immer der Vorstellung hingeben, wie bessere Bedingungen jetzt aussehen würden, wie alles wäre, wenn der Idealzustand einträte, wie alle anderen sich verhalten sollten. Aber die Schaffung von Idealen ist nicht unsere Aufgabe. Unser Ziel ist es, die Welt zu sehen, wie sie ist und von ihr zu lernen. Für das Erwachen des Herzens sind die Bedingungen immer gut genug. Und so lautet das 24. Prinzip buddhistischer Psychologie, der mittlere Weg verläuft zwischen den Gegensätzen. Bleib in der Mitte und du wirst dich wohlfühlen, wo immer du bist. Die Welt verläuft. Die Welt